jo da bin ich wieder spiel abgeschmiert keine ahnung der siebe auf einmal aus ok wir machen weiter also mein kreuz ist gelb ist es vorbei erst lockt du ein wärst du erschossen tja ihr habt es ja gesehen oder ich hoffe die aufnahme was davor ist konnte ich noch retten falls ja habt ihr ja gar nichts verpasst nur den zusammenschnitt jetzt wird das davor was mir passiert ist und jetzt sonst einfach ja wir kommen zurück ich wurde erschossen weil die aufnahme ist natürlich nicht 100 prozent weil ist ja klar wenn das spiel abschmiert ohne dass du die aufnahme beendet fachgerecht ja kann auch meine aufnahme verloren gehen stöhnt doch nicht rum nimm den hut hier drückt schon wieder e das nicht gut so der so geschützt der hut hat eine schöne farbe hier ist gut getarnt ach ja sind wir nicht so ein leichtes ziel würde ich mal sagen mit dem wunderschönen angelhut ist das ein angelhut ja bestimmt anglerhut sag ich doch ach da kommt auch wieder eine angel laufen ist ja war doch keine ruhe hier ne guck mal hier nimm mal mit können wir das brett nehmen das ist ja auch nichts messer ist hier nicht hallo guten tag ja auch noch nicht viel ein bisschen suchen hier ein bisschen die minutin wieder gestorben wie immer und dann ja ein bisschen neues zeug zusammen sammeln und ja mal gucken das dörfchen mal da hinten ist glaube ich ein dörfchen oder so in die richtung geradeaus richtung sonne linke seite mal gucken ab da was los ich zeig dir was cool ist was cool ist ja keine sorge ich werde nichts machen ich bin eh ich habe eh nichts ich bin eh schon halb tot wir laufen wir müssen hinter die antenne müssen wir runter laufen richtung dorf kennst du das dorf das kann sein ich habe schon eigentlich einige dörfer mal gefunden aber das ist das ist da hinten die ecke war ich schon mal auf jeden fall ich sterbe sowieso also ein kleines dorf das dorf also das container stehen da rum und sowas ja eben war anomalie gewesen und habe es gemerkt an kannst du es gewesen zu sich gekommen also erst erstmals der server abgestürzt ach so dass ich habe mich schon gewundert der sie aber wenn man gerade vor paar minuten war weg spieler bestürzt ich dachte schon wieder mein computer ist wieder schuld ja und jetzt ganze charakter weg voll assi ach so okay ja okay das ist natürlich scheiße hast du denn schon voll gelootet oder komplett voll oder ausgestattet ja richtig das ist das ärgerlich ober unerkannte kiefer sozusagen da war wohl zu überlastet das server hatte mich schon gewundert wegen der komischen federmeldung da ja das war bei mir auch tja na leute das läuft doch nicht an meinem computer und ich sage immer meine alte schleuder meine kiste ist zu alt ja der kollege hat das selbe problem gehabt hier so hier ist die antenne da ist noch einer leuchtt oder ist ein zombie siehst du den großen turm da unten also dieses hohe gebäude und die zombie dame auch die grad kommt doppelt gemoppelt wo sandwich ja sie ist das ganz große gebäude daneben der kugel dingens da da recht rechts von der kugel lass uns mal hingehen bist du da verreckt oder ja in der nähe da gibt es noch was cooles ja ne headshot ne ah da war ich schon mal da gibt es auch einen schönen brunnen glaube ich so ein bisschen wasser und sowas was ist denn da nicht dass so ein ufo abgestürzt ist oder sowas also für die aliens habe ich angst also ja 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 jetzt ich habe echt angst leute ich habe angst naja nur risk und auf fanden wer sterben kann ich nehmen am anfang gestorben am ende gestorben genau das wollte ich nicht alles gut alles gut sagt er ich bin eh gleich tot ich guck mal mein leben geht sowieso runter aber gucken wir sind noch scharf ich bin ich bin so ich bin gleich hinüber wenn wir glück haben finden wir nicht jede menge essen ok ja oder bin ich ja mal gespannt oh das wäre knapp ja ich kann nicht mehr so schnell bin angeschlagen da hört mich schon gar nicht mehr lang oh hier ist aber los base alter was ist denn hier los ja hallo guten tag guten tag ich fall eh gleich oben keine angst keine angst ich fall eh gleich oben stop stop wir sind relativ neu hier auf dem server er hat gesagt stopp ich bleib stehen wie heißt der damit naja wollt ihr uns mal verraten wie ihr heißt wo findet man hier denn gut essen ich bin gleich tot ja das ist schwierig aber in der stadt könnt ihr nachsehen wie heißen denn eure gamertags ihr habt da so ein paar doch 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 ich bin auch neu was für ein ding doch text guck guck mal in deinem inventar nach bei ausrüstung und da siehst du wo deine schuhe sind das zweites lot rechts davon hast du dort sex wie heißt dein bleib mal stehen bewegt dich mal nicht so viel bewegt dich mal nicht so viel ach du mein ja wir sind hier grad ein bisschen stressig unterwegs mein name mein name milchiger askerbond steht da nebenan das ist auch mein name das ich eingegeben habe warum seid ihr stressig unterwegs ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß einer auf einmal hatte ich eine pistole vom kopf und war ich tot das waren nur ein paar sekunden ich denke ach ja jetzt fängt es wieder von vorne an schön das geht so schnell das geht überhaupt gar nicht sag mal kommst du aus hamburg wenn ich hier ihr habt nicht irgendwas zu messen zum abtreten ihr habt da keine ahnung wie sind ne gerade nicht also aus dem norden ja das ja pass auf komm mal her jetzt krieg ich hier was sind das tumpfischdose als zeichen meines guten willen oh das ist ja fast wie herring von der küste so wie es in dem waldschall schallt es nämlich auch wieder raus man sieht sich immer zweimal ja das ist richtig das ist richtig das ist richtig jawohl ja ja wie gesagt nicht falsch verstehen wir sind hier gerade ein bisschen ähm unter stress alles gut es gibt ja immer die leute und die leute ne das ist ja immer so ne ja ok alles klar na so ist das ok dann gehe ich und mein kollege mal weiter werden die welt erkunden ok viel spaß ist bald jo ich auch ne in dem dort dahin erinnert ihr bestimmt noch was ok jo danke tschüss ja kannst du es ruhig essen ich glaube deine energie ist nicht so gut ne ey du ich fahre ich fahre ehle ich fahre gleich um ja wie heißt denn du im steam immer noch milchiger askamon ja wollen wir uns etten ja kannst du ja gerne etten ich hab das mal hingelegt sammeln wir mal das futter ein ich fahre gleich um ich bin gleich weg also das bringt nichts mehr es ist ruhig es ist Milch Higa. Milch wie Milch und Milch Higa. Ja, okay, warte mal, ich guck mal. Oder guck einfach nur unter Askamon, dann hast du auch schon den kompletten Namen. Ah, das geht gerade nicht bei Steam. Also ich heiße einfach nur E-Fire. Könnt ihr noch mitnehmen, dass da was da liegt? Jo, danke. Steck mal ein, bei mir lohnt das nicht. Also bei mir muss man eigentlich nur eingeben, ein E und dann Fire wie Feuer. Ja, guck ich dann auch mal später. Kann man nur notiert. Ja, okay, alles klar. Ja, gut, dann viel Erfolg, viel Spaß. No, ich merke mal deine Stimme, da muss man nicht gleich unbedingt. Ich bin ja auch in der S-Wartet, aber es ist meistens auch verkehrt, wenn ich zu lange warte. Meistens bin ich dann auch schon tot, weil, wie gesagt, gibt es ja die zwei Leute, ne? Die netten Leute und die auch zuerst schießen und dann erst Guten Tag sagen, sag ich mal so. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Oh, da hat man schon wieder geschossen, Hänger. Das war ja jetzt auch schon wieder eine brenzlige Situation, ne? Gut, okay, alles klar. Jo, tschüss. Ich feile euch um hier, ich gehe mal im Wald. Ah, Leute, das ist das Schöne an DayZ, ne? Habe ich Endgame-Dings aus, ja, okay. Passt ja auch von der Zeit her, ne? Ich bin so angeschlagen, mein Essen geht runter. Ich müsste jetzt eigentlich am Feuer, wir hätten bei denen auch, die hatten Feuer an, aber... Ja, die waren da ein bisschen koscher, nett waren die ja, die haben uns ein Leben gelassen. Seit wann ist das denn drin hier mit dem, die Dock... Ach, die Dock-Tags, die Plaketten da, ne? Wie die Leute auch früher im Krieg getragen haben. Und da steht dann auch mein Name. Kann man den auch zeigen oder so? Ne, ne? Vorzeigen? Kann man es in die Hand nehmen? Ne, kann man nicht. Okay. Okay, die haben denn da eine Basis, okay? Ich glaube, wenn wir so Waffen gehabt hätten, dann ist es vielleicht, eventuell vielleicht, vielleicht nicht, ein Feuergefecht gegeben. Ja, ist doch relativ am Abend jetzt. Server so gut wie voll, da trifft man natürlich auch einige Leute. Aber ich bin so, ich bin so... Das bringt nichts. Um sie jetzt aufzubauen, ich müsste am Lagerfeuer, ich müsste was essen und... Ne, komm, ganz ehrlich. War eine schöne Erfahrung jetzt auch wieder. Das sind auch so die Geschichten in DayZ, die man... Oh, guck mal, was schleppt er denn da hinten? Die sind fleißig am Bauen, ey. Von da oben, glaube ich, weggeholt. Oh, muss ich mir merken, dass die da, die haben da eine Basis, okay? Jetzt weiß ich auch immer, warum der andere DayZ-Kollege hier mit, ähm, oder sich mit sollte. Eventuell als Verstärkung oder was, aber wir hätten eh keine Chance gehabt. Und man weiß auch nicht, ob die beiden da, die da jetzt eine Basis haben, den Kollegen da erschossen haben. Und ja, Server war, ihr habt es ja gehört, Server war wohl auch abgeschmiert, geschmiert, abgestürzt. Und ja, ja. So, mein Kreuz blinkt. Oh, er war gerade... Es wird immer so nachgeladen, dann weiß man immer, da wird entweder eine gebaute Base geladen, gerendert. Dann weißt du, das ist immer das Gute, auch wenn der Computer dann sagt, hier, ne, kurz ein, zweimal FPS Einbruch, dann weißt du gleich, oh, da könnte eventuell eine Basis sein, die da gebaut wurde. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. So, wir gucken, wir, also, wir fallen gleich um. Ich mache noch so lange, bis ich umfalle. Wir sind zwar schon über der Zeit, aber das macht ja nichts. Aber auf jeden Fall interessant. Ich glaube, wir gehen mal hier rein. Guck mal hier, wir nehmen den Hammer nochmal mit. Nee, warte mal, wir haben noch was Besseres hier. Kräuter, komm, hau dir das nochmal rein hier, weil das so gesund ist. Tauschen. Prost. War doch sehr gesund, ne? Na ja, nicht wirklich. Okay, wann fallen wir denn um? Oh, gehen wir noch ein bisschen spazieren? Ich kann mich ja schon... Oh, guck mal, da hinten ist die City. Da hinten ist die City. Jetzt fallen wir um. Ja, Leute, dann geht es einschalten. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. wieder von vorne wieder neu sammeln. Ja, ja, so ist Daisy. Oh, habe ich wieder was erlebt hier heute, ne? Drei nette Herren getroffen, obwohl, ne? Ob die immer nett bleiben würden auf Dauer, aber das weiß man auch nicht. Ja, der eine wollte mich sogar ätten und so und zusammen dann mal losziehen. Hm. Na ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Schauen wir mal. Okay, bis die Tage. Bleibt gesund. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.